hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video game hier heute auf meinem kanal mit mir dann sofort uns sehen und ja leute anfang an während er gleich noch gerade das spiel startet könnt ihr schon mal ein like droppen und einen kommentar schreiben tap right to jump tap left to slide tap to play okay ich habe keine ahnung wie dieses spiel funktioniert wir wechseln uns übrigens ab das war nein wir wechseln uns nicht ich musste erst mal reinkommen ich musste erst mal reinkommen das ist halt jetzt weil wir da unten die blöde werbung war warte mal so also so nein ich will probieren ist das ist zu viel zu weh guck mal gespielt kam eine minute noch nicht mal drei drei spieler alter das gibt es doch gar nicht wo ist das schwer einmal zweimal dreimal vorma nein nein ich will man gleich noch eine runde zeit mehr hast du nicht YOU Wenn du das verkackst, dann ist es mir komplett egal. Ich verkack sowieso. Nein! Okay, jetzt bin ich drauf. Wieso nimmst du es mir denn ab? Nach so kurzer Zeit. Wie geht denn das? Ja! Ja, wenn man sich dabei krault, da hast du keine Zeit, um dich zum kraulen. Und dann ist er schon wieder tot. So! Und dann ist er schon wieder tot. Mann! Und dann ist er schon wieder tot. Ich drücke links! So! Ja, das sieht bei dem Herrn sofort viel besser aus als bei mir. Hahaha! Drei Versuche. Klappe! Nee, du hast viel mehr gemacht. Kannst du nicht. Ey, aufpassen! Ich bin weiter gekommen als du. Hallo! Hallo! Du hast viel mehr unten gemacht als ich! Trotzdem! Das war... Hallo? Nein! Nein! Nö! Du kannst ja noch so lange keine Hand enthalten. Los! Das war gleich! Zack! 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 Oh Gott! Zack! Hilfe! Du bist zu schlecht! Ich bin weiter gekommen als du! Ich bin viel weiter gekommen als du! Nein! Ganz viel weiter! Bist du gar nicht! Ich habe fünf stücke gehabt oder so! Nein! So hatte ich! Du hast viel mehr! Du hast zwei Minuten gespielt! Nein! Ich meine jetzt! Ich bin viel weiter gekommen als du! Fest 6! Okay! Gib her! Dann muss ich dich jetzt überbieten! Gib her! Machen wir so! Bis zum nächsten Rekord! Okay? Gib! 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 Geht nicht weg die Werbung! Toll! Jetzt hast du es kaputt gemacht! Du hast es kaputt gemacht! So! Jetzt gib her! So! Also ist der Noob wieder dran? Der Noob! Der Noob! Der Noob kommt jetzt viel weiter als du! Alter! Viel weiter! Best 6! Ja! So! Jetzt pass mal auf! 1! 2! 1! 2! 1! 1! 1! 2! 2! Guck mal! 1! 2! 1! Ah! Elf Stück habe ich alles gehabt! Elf Stück! So! Jetzt hast du erst mal eine Aufgabe! Elf Stück! Das dauert jetzt erst mal ein bisschen! Ja! Also ihr könnt dann so in der Stunde, könnt ihr wieder zu mir schalten! In der Stunde! Ich nehme jetzt hier die ganze Stunde Zeit! Wenn der Herr sofort dann irgendwann das Elfte geschafft hat! Wenn sie immer das Tettel aus der Hand, äh, das Tettel irgendwann zwei Teile geschaffen hat! 5! Okay! Aber ja noch ein bisschen was vor uns bei Elf, ne? Was ist denn heute? Ihr könnt ja auch mal versuchen beim Slide Path mehr zu schaffen! Also Elf Stück ist glaube ich... Also das ist nicht gut! Aber... Das ist schon echt nicht so leicht! Eieieieiei... Viel zu früh gesprungen... Wieso bist du da schon gesprungen? Wieso springst du so früh? Das ist doch dein Minecraft Abuser Finger, hm? da muss ständig aber drauf tippen keine ahnung also wenn ihr das hätte jetzt sehen müssen ja anstelle dass er in dem spiel weitermacht und dann mir das zeigt wenn er fertig ist macht das mittendrin und fährt lieber dann in das teil rein ja ja es interessiert mich gerade nicht aussehen oder das ganze drei geschafft das ist aber schon also drei ist schon schon ganz gut ja so in der nase bauen funktioniert auch nicht was machst du denn warum was hast du denn jetzt wieder gemacht ich weiß es ist deswegen jetzt schon längst ist es gewesen ja gut jetzt mal auf der seite gezählt ich sag mal oh das würde ich auch gerne mal ausprobieren ich auch star wars galaxy of heroes ja ich mag ich denke wenn du nach unten bist dann anlauf nummer 125 132 also da muss man jetzt dazu sagen diesmal habe ich das ist deutlich viel eleganter gelöst als der herr sofort die der testssieger die emma matratze zehn stück oder es war knapp das war wirklich knapp diesmal das war gar nicht mal so schlecht aus aber die emma matratze die hat es halt jetzt gebracht sag mal was ist das ich bin gerade richtig genervt hallo er geht jetzt noch ein bisschen was vor ich werde auch noch mal einen durchgang probieren und dann oder zwei durchgänge und dann machen wir das nächste spiel nein wirst du nicht ich will ich will dich das schaffst du sowieso nicht avrios purpark packst die elf eh nicht doch jetzt können wir uns jetzt hier keine ahnung das kenne ich gar nicht das war bis jetzt noch so gar nicht gewesen du hast was neues entdeckt das habe irgendwie cool aus aber da musst du ja dann in zwei richtungen denken scheiße ich sehe oh nein jetzt ist mein rekord dahin 18 18 stück hast du jetzt doch viele anläufe gebraucht ich hoffe das hält so wir waren aber auf anhieb schon erst mal wieder neun na und halt ja manchmal manchmal ist es aber ganz schön am ruckeln ich will es auch mal ein bisschen weiter geht das ding hoch das ist auch voll unfair gleich mach was naja komm also du warst vorher nicht besser gleich schäm dich was passiert geht er hoch ja der geht auch hoch nein 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 was ist denn das da so einfach der geht hoch die sau geht hoch ey das war jetzt unfair ich habe mich so darauf eingestellt dass ich rechts drücken muss und dann geht er hoch ja weil ich jetzt ewig lange brauchen werde was passiert jetzt nein wie weit war ich gekommen 28 28